Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum neuen Video hier auf Star Wars Basis Gaming. Und wir sind an dieser Fasten-Felusha-Mission dran in Awakening of the Rebellion. Ähm, komm, greif den an. Die Sternenzerstörer sind schon dabei. Ich hab's bisher nicht geschafft, die hinzukriegen. Jetzt will ich die hinkriegen. Ich hab direkt hier vorgespeichert. Das heißt, die können wir immer und immer wieder machen, bis sie jetzt endlich klappt. Ich hatte das Gefühl, dass es absolut nichts gebracht hat, die Antriebe des Sternenzerstörers zu vernichten. Wir fliegen jetzt einfach mit den Einheiten schon los, die wir haben. Ist mir vollkommen egal, wie lange die anderen brauchen. Die fliegen schon mal los. Und wie viele Antriebe hat der Venator? Wenn wir dem Venator alle Antriebe klauen könnten. Den hab ich bisher mit meinen Jägern komplett rechts liegen gelassen. Aber wenn der all seine Antriebe verlieren könnte. Aber ob das klappt mit den Schiffen, die ich hab, da bin ich mir nicht sicher. Und da den Sternenzerstörer. Der hat scheinbar drei Antriebe. Musste ich beim letzten Mal sehr schmerzlich lernen. Und ich musste lernen, dass der rechte wichtiger ist als der linke. Den linken kann man hinterher mit der Flotte ganz gut... Könnt ihr die Engines da jetzt mal vernichten? Beide haben 54%. Dass der Venator nicht mehr auf... Die Engines sind weg. Komm schon. Die Engines vernichten, dass der vielleicht gar nicht erst in Waffenreichweite kommt. Das ist sehr gut. Ihr geht auf die linken Engines hier drüben. Ich glaub, die Engines sind weg. Ihr geht auf die rechten Engines. Und der hat auch schon keine Schilde mehr. Jetzt langsam kommt er in Waffenreichweite. Aber ich würde hoffen, dass die Raumstation es schafft, das abzuwehren. Die vier Bomber... Komm schon, ihr müsst das hinkriegen, bitte. Die Engines sind weg. Sehr gut. Pause. Hier geht alle auf die nächsten. Und ihr geht auf die. Komm schon. Ich will wenigstens... Und der ist schon in Reichweite. Das ist nicht normal. Okay. Die Engines sind egal. Das ist jetzt nervig. Du gehst auf den. Du gehst auf den. Du gehst auf den. Habe ich noch irgendwo einen? Ich müsste doch hier... Ich weiß nicht, wer von denen fliegt jetzt noch weiter. Du glaub ich nicht. Du gehst auf den letzten schweren Turbolaser, bitte. Du vernichtest hier die dualen, mittel schweren Turbolaser. Und die Z-95 Headhunter. Pause. Ja, ich hab's gesehen, danke. Ich will die Z-95 Headhunter haben. Die dürfen bitte hier auf die Bomber und auf die Jäger gehen. Du schiebst dich bitte hier rein. Du schiebst dich hier rein. Du darfst ihn angreifen. Du darfst ihn angreifen. Du nimmst dich hier einen Jäger mit. Du setzt dich bitte hier vor, um vor Raketen zu schützen. Und du darfst versuchen, die schweren Turbolaser hier drüben zu vernichten. Ja, das ist nicht gut, dass die Space Station verletzt ist. Aber wir sind jetzt schon gut dabei, die Ionenkanonen und den Rest hier zu vernichten. Du gehst auf die schwere Ionenkanone. Der schwere Turbolaser hier drüben ist vernichtet. Das... Kommt schon. Nein, die Turbolaser sind alle noch nicht vernichtet. Ihr müsst da bitte auch treffen. Sonst bringt das alles nichts. Haben wir noch Schilde? Wir haben noch Schilde. Das ist ganz gut. Du gehst bitte hier drauf. Du versuchst hier die schweren Sachen zu vernichten. Du greifst hier an. Die haben sich jetzt mittlerweile ganz gut davor geschoben. Das ist nett. Volle Feuerkraft. Oh nein, die Turbolaser sind fast vernichtet, aber halt nur fast. Nimm die Turbolaser da drüben. Du versuchst hier weiter anzugreifen. Du machst deine volle Raketensalve auf diesen schweren Turbolaser. Und der X-Ring hier. Versuch mal die Teiljäger da anzugreifen. Die schweren Turbolaser müssen bitte vernichtet werden. Der hat nur noch Hülle, aber die Hülle muss weg. Sonst habe ich Angst, dass da zu viel passiert. Oh ja, da die schweren Turbolaser vernichten. Die schweren Turbolaser vernichten. Und der ist ganz gut beschäftigt. Geh auf die schweren Turbolaser. Du gehst auf die schweren Turbolaser. Der A-Wing nimmt sich bitte ein V-Wing. Haben wir jetzt auf der Seite alle Turbolaser vernichtet? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da sind die Sternzerstörer, die brennen. Und der Venator. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt ansatzweise ein gutes Bauchgefühl habe. Geh weiter auf die schweren Turbolaser hier drüben. Du nimmst da drüben noch die Hülle. Und du kannst da... Oh, das ist sehr nett, dass der jetzt hier auch schon keine Schilde mehr hat. Beiden da drüben sind nervig. X-Wing, du darfst hier drauf gehen. Deine Y-Wings, kommt schon. Nehmt die schweren Turbolaser hier. Du den schweren Turbolaser hier. Aber der hat auch noch Schilde. Also naja, du vernichtest da bitte die Hülle, dass der Venator auf jeden Fall nichts mehr macht. Oh, Rebel One. Tractor Beam Emitter ist egal. Nehmt die schweren Ionenkanonen. Oh mein Gott, wir schaffen es endlich. Ihr geht mal hier auf den... Na warte, der hat kaum noch was. Oh, das ist gut. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Oder auch nicht, aber es kommt jetzt eine Katze. Die hatte ich bisher noch nicht. Weitere Schiffe, die aus dem Hyperraum kommen. Ich sag nicht noch mehr Imperiale, bitte. Bitte nicht noch mehr Imperiale. Oh. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gial Akbar. Sehr, sehr nett. Der Kommandant denkt, das wären Passagierschiffe. Nein, wir sind keine Passagierschiffe. Das war einmal die Home One. Wäre natürlich schön, wenn wir diese... Alle drei Home One hier. Die Counterpunch. Die Renblattis. Und ich nehme an, das ist die Home One. Die Home One, wenn wir alle kriegen könnten. Aber ich vermute, dass wir nur Ackbar kriegen werden. Ei, 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 ei. Ackbar scheint sich uns anzuschließen. Das ist doch mal sehr nett. Müsst ihr da hinten noch den TIE vernichten? Was die Home One ist, hat Probleme? Nein. Mal gucken, das pingt da immer noch. Müssen wir da irgendwas noch vernichten? Ich vermute nicht, aber wir haben gewonnen. Sehr schön. Ah, endlich haben wir diese Mission geschafft. Schließt sich da bitte Ackbar auch uns an. Ich bin Ackbar von Mon Calamari. Auf behalf meiner Menschen danke dir. Unsere Engenäure haben eine neue Flagship für mich. Meine Menschen haben das Land nennen Home One. Und ich nehme die Kommande. Ich bin bereit und bereit, die Allianz in any way I can. Taktische Krieg. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt haben wir Ackbar und dann kommt direkt die Bodenschlacht bei den Space Defense. Wir müssen eine XQ-3-Defense-Plattform bauen. Bei Kessel kann ich es leider noch nicht. Bei Dantooine. Das hier ist doch eine XQ-3, oder? Dann ist Dantooine ein bisschen besser geschützt. Kriegen wir da ein paar A-Wings. Rattattack. Da habe ich zum Glück auf Alliance Headquarters aufgerüstet und ich habe eine Rebel Light Factory. Aber die können auch bombardieren, was problematisch ist. Die haben drei TX-130. Wie viele kriegen die? Jeweils zwei, also sechs kommen daraus. Hier kommen zwei und hier werden sie drei haben. Ein paar Fahrzeuge. Das geht alles noch. Ähm. Ah, ich erinnere mich an die Map. Aber ich glaube, hier drüben sind wir ein bisschen besser verteidigt. Hier können wir allerdings auch so einen Bunkerturm holen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es so rummachen. Ich habe Angst vor der Bombardierung, aber ich glaube, ansonsten können wir Rattattack potenziell schaffen. Müssen wir mal gucken. Beginnen wir. Ähm. Da ist der Z-95, den wir kriegen. Was ist hier? Ähm. Wir kriegen ja keine Katontons. Damit hatte ich fest gerechnet, um ehrlich zu sein. Oh, wir haben hier noch einen Bunkerturm. Das ist natürlich extrem gut, dass wir hier noch Sachen haben. Ähm. Ihr alle versucht mal in die Richtung zu kommen. Und der Anti-Infantrie-Turm da, der ist auch sehr nett. Du bleibst trotzdem erstmal zurück. Und du bleibst hier zurück. Du hast hier einmal Anti-Infantrie, falls wir uns gegen Vader schützen müssen. Da kommen wir nämlich auch. Und einmal Anti-Flug, falls von da aus eine Bombardierung auskommt. Ihr kommt zurück. Das ist die Frage, ob wir da einen Bunkerturm hinhaben wollen. Oder eine Repair Station. Das. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oh, hier haben wir einen Tauntaun. Das ist sehr gut. Komm hier rüber. Übrigens, wenn ihr Empire at War selber spielen wollt, und das ist einmal ganz kurz Werbung, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zu MMOGA. Da könnt ihr Game Keys super duper preisgünstig kaufen. Wie eben auch für Empire at War. Oder auch für neuere Sachen wie Star Wars Outlast zum Beispiel. Und wenn ihr das über meinen Link macht, kriege ich auch eine kleine Provision, was mich riesig unterstützt. Ohne Mehrkosten. Für euch. Vielen Dank, falls ihr das macht. Und damit weiter mit dem Video. Infanterie auf jeden Fall dahin holen. Bleibst bitte hier. Nein, 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 nein. Ihr bleibt alle hier. Ähm. Ne, ich mach den Bunkerturm. Das ist mir, glaube ich, sicherer. Anti-Infanterie. Anti-Infanterie. Anti-Fahrzeug. Hier einmal Anti-Infanterie, dass man vielleicht Vader wirklich schaden könnte. Was kommt jetzt hier? Anti-Fahrzeug. Dann machen wir hier Anti-Infanterie. Und dann darfst du gerne mal hier weiter gucken, was hier so los ist. Hier ist nichts. Kommt. Ist hier irgendwas Interessantes? Warum gibt es das hier so? Hier wird auf jeden Fall gefeiert. Die sind da in der Mitte. Okay. Hier kommen sie auch. Oh, hier sollt nicht so weit rausgehen, bitte. Z95 darf gerne hier reinfliegen. Aber das sieht danach aus, dass wir die Infanterieeinheiten, die hier sind, ganz gut vernichtet kriegen. Ich frage mich so ein bisschen, wenn ich den jetzt hier verkaufe. Ach, ich kann den nicht verkaufen. Schade. Ich dachte, ich könnte den jetzt verkaufen. Und dann gucken, dass ich den einfach nochmal mit vollem Leben neu hole. Kannst du da jetzt mal, wer auch immer da noch ist, angreifen? Oh, hier kommt irgendwer. Ach, es sind Nugri. Das ist natürlich mies. Hätte lieber, dass die Nugri unsere Gegner angreifen. Ich glaube, das waren wirklich Sturmtruppen, ne? Setzt euch in Deckung. Du kommst ein Stück zurück. Hier kommt ein Stück hier hin. Der Z95 muss im Endeffekt irgendwie für Vader eingesetzt werden. Du kannst mal gucken, ob du... Oh. Ach, die Nugri sind vom Imperium. Kommen die mit Vader mit, oder was? Hier irgendwo muss dann scheinbar auch Vader sein, weil der Leben verliert. Ja, da ist Vader. Oh mein Gott. Seht es euch an. Wir haben die Chance, Vader zu besiegen. Also ich meine, der kann, glaube ich, vom Imperium gerettet werden. Aber der verliert gerade so viele Leben. Und man sieht es nur nicht. Da ist irgendwo Vader. Und da war mal irgendwo Vader. O-ha. Das ist nicht schlecht für uns. Anti-Fahrzeug-Türm hier drauf. Ich dachte, die fliehen direkt, wenn Vader kaputt ist. Aber nein. Versuchen wir mal, den Türmen noch ein bisschen Schutz zu geben. Aber das hat leider nicht geklappt. Mal gucken, ob das... Der Z95 hier, die TX-130 Säbelpanzer... Oh, von wo kommen die denn jetzt? Kannst du bitte auch auf den Säbelpanzer gehen? Ja, du fließt erstmal. Wie lang? Hat die vielleicht ein bisschen abgelenkt. Sieht mir jetzt fast nicht danach aus, aber... Oh, der trifft den nicht. Das ist nicht gut. Versucht den zu treffen, bitte. Aber ich halte sie hin. Oh, die scheinen hier lieber rumzukommen. Gut, dass ich da ein Anti-Infraktiv-Türm habe. Ey, ihr seid ja richtig fies hier. Dass ihr hier einfach durchfahrt. Einen Anti-Fahrzeug-Türm habe ich hier nicht. Army Trooper. Greift hier drüben, bitte an. Du versuchst nochmal ein bisschen hiermit zu helfen. Dass die TX-130 Säbelpanzer wirklich vernichtet werden. Und der Anti-Infanterie-Türm da drüben macht hier wirklich gute Arbeit. Oh, du hast gut Schilde wieder. Und... Protonentorpedo draufgeschossen, der nichts bringt. Okay. Hilf du mal hier ein Stück. Ihr müsst weiterfahren. Das bringt sonst so nichts. Aber die reiben sich an unseren Türmen sehr auf. Und dass Vader vernichtet ist, ist einfach extrem nett. Kann der sich selbst reparieren? Mir fasst nicht da noch aus. Aber ich meine, Einheiten verlieren kann ich hier nicht. So, komm schon. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Und am besten ohne, dass der Bunkerturm... Na, der Bunkerturm ist vernichtet. Schade. Ich dachte, da müssen wir bei der nächsten... Ähm... Bei der nächsten Abwehr hier nicht nochmal Geld für den Bunkerturm ausgeben. Weil ich glaube, dass wir das hier eigentlich packen sollten. Du hilfst nochmal hiermit. Ich verliere jetzt ein paar Einheiten. Aber ich glaube... Ich kann so aggressiv sein. Ihr solltet eine größere Gruppe angreifen hier, bitte. Ja. Ihr dürft auf den TX-130 hier drüben gehen. Kommen noch ein paar Einheiten, aber das hält sich... Oh oh. Ja. Abhauen. Na, zum Glück nicht so viel getroffen, wie ich befürchtet hätte. Oh. Das hat schon mehr getroffen. Okay, damit kann ich vielleicht doch noch verlieren. Das ist... Kommt hier rüber. Hälft hier ein bisschen. Ich glaube, jetzt dürfte es hauptsächlich nur noch Infanterie sein. Und ich kriege ein bisschen was an Anti-Infanterie mit. Also... Schon... Bisschen zu großer Panzer. Hau hier ab. Nee, ihr... Kommt jetzt hier bitte hinter euren letzten Anti-Infanterie-Turm. Der Z-95 haut auch ab. Aber die Bombardierung, das ist in der Tat ein Problem. Müssten wir überlegen, ob wir dieses Supply-Depot abreißen und dafür ein Schild hier hinholen. Dass wir nicht so bombardiert werden können. So krass. Hier... Kommt mal hier lang. Du hast wieder deine Schilde, das ist gut. Es darf halt nicht so mega lange hier dauern. Wie sieht es hier aus? Ist hier irgendwo noch irgendwas Interessantes? Okay, es sieht mir wirklich nur noch nach diesen paar Nachzüglern aus. Dann... Rein hier. Vor allem sind nur noch Infanterie-Einheiten. Kann ich meine Anti-Infanterie-Speeder hier auch wirklich rausschicken und probieren. Ich glaube, es gibt noch einen T... Ne, hier den... Oh, doch, einen TX-122. Oh, oh. Abhauen. Du haust bitte auch ab. Kannst du die Bombe angreifen? Ne, diesen... Den Panzer da, meinte ich. Das... Der aus Rogue One. Den gab es hier noch. Ihr versucht mal hier lang zu kommen. Dieser TX-130 ist noch ein Problem. Und... Das ist der zweite davon. Nein, ihr sollt euch nicht bitte aufteilen. Das ist dumm. Okay, aber die fliehen. Die fliehen von Ratatak. Das ist... Das, was wichtig ist. Ähm... Und ich glaube, wir machen das hier. Das Supply-Dapper abreißen und dann dafür gleich einen Schild-Generator hier hinholen. Dann komme ich hier, glaube ich, etwas besser klar. Okay, Ratatak ist verteidigt. Das ist sehr gut. Wie gesagt, hier oben haben wir jetzt... Admiral Ackbar. Das ist ebenfalls sehr, sehr schön. Die Frage ist, was wir mit Admiral Ackbar machen. Ob wir versuchen, hier den Luftraum über Kassel uns zu sichern. Ich glaube, das könnte gar nicht schlecht sein. Andererseits haben wir auch noch die Mission Lock einzunehmen. Und da haben wir gar nicht mal mehr so mega viel Zeit für. Ähm... Ich überlege, die Einheiten von Malasdare mitzunehmen. Bei Utapau haben wir auch ein paar. Die müssen später wieder zurück. Sonst haben wir einfach nicht gut genuhe Einheiten, sozusagen. Nehmen wir die mit. Und wie ist das hier bei Malasdare? Ah, wir haben ganz gute Verteidigung hier bei Malasdare. Deswegen lasst uns die vielleicht nochmal mitnehmen. Dass wir Lock da drüben angreifen können. Du kannst bei Solust ein bisschen Geld klauen gehen. Und wir holen uns vielleicht noch zwei, drei weitere. Dass wir das schaffen können. Und dann müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, mit Agbar Richtung Kassel. Ähm... Einmal kurz gucken. Wo kriegen wir noch mehr Population? Hier kriegen wir Population 2. Dann nix. Population 10. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir das kriegen würden. Population 10. Nutzen wir hier halt nicht. Aber ich glaube, das sollten wir gar nicht relativ schnell machen. Und hier kriegen wir Population 5. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wenn wir das hier mal ein bisschen hätten. Und dann ein kleines bisschen mehr Population kriegen würden. Ähm... Die haben hier hauptsächlich Infanterie-Einheiten und so Biester. Einmal euch auf den Boden holen. Und dann Lock angreifen. Schauen wir mal, was wir dagegen die Pikes anstellen können. Beginnen wir. Und... Holen uns auf jeden Fall die Snowspeeder und die Z95 Headhunter. Den General ebenfalls. Und die... Relativ starke Infanterie. Ihr seid Tankdestra. Ich bin mir nicht sicher, wie die Airclays hier funktionieren. Was die Airclays sind. Ob es als Infanterie zählt. Oder als... Andere Sachen. Lasst uns mal gucken, ob wir mit den... Oh... Das ist nicht gut. Da sind auch schon die Airclays. Oh, das ist aber nett, dass ihr euch jetzt einrollt. Da sind noch mehr von denen. Greift mir hier das Airclay an. Ich dachte mir, mit den Flugeinheiten können wir potenziell... Oh... Du bist gefährlich. Das Minigun-Skiff hier drüben. Ihr hier drauf. Ihr alle... Oh. Ihr müsst abhauen. Oh, was kriegen wir denn hier hinten? Ich muss sagen, die Pikes sind hier stärker, als ich damit gerechnet hätte. Was nicht so nett ist. Ach, und wir haben den Ewing hier von dem Unterstützer. Ihr dürft hier nicht so... Oh, das sind unterschiedliche Gruppierungen hier. Die gelben und die... Ich vermute mal Hutten und Pikes. Ihr müsst jetzt versuchen, mal eben kurz das hier zu besiegen. Der Ewing darf auch abhauen. Hier setzt euch alle in Deckung. Und dann würde ich hoffen, dass wir den Black Sun... Ach, das ist die schwarze Sonne. Das sind gar nicht die Pikes. Aber die Pikes arbeiten vermutlich damit. Dass die sich jetzt hier einigeln, ist uncool. Aber wenn wir schon mal deren Outpost hier vernichten könnten... Greift hier mal kurz den... Swarm Speeder an. Die Flash Speeder dürfen hier angreifen. Wir graben uns jetzt hier quasi ein. Der Ewing wird vernichtet. Wenn es so ist, ist es so. Ist dann auch nicht so schlimm. Ihr greift hier bitte nochmal an. Oh, der hat wieder Schilde gekriegt. Nehmt das Eiklai. Das ist zu gefährlich. Geh das nur ein Stück zurück. Das Eiklai bitte vernichten. Was seid ihr? Mandalorianische Mercenaries. Meine Tank Destroyer dürfen gerne auf die WLO-Panzer... Oh, oh. Hier sind das auch Mandalorianer. Mustafarianer. Interessant. Das Gefühl, dass ich das hier nicht wirklich hinbekomme... ...das Ding zu vernichten. Und wir verlieren hier sehr viele Einheiten. Leider Tank Destroyer geht auf die Panzer. Oh mein Gott. Das sind stärkere Einheiten, als ich angenommen hätte. Geht hier auf den Panzer bitte zusammen. Wir verlieren hier eine Menge Einheiten. Müssen wir gucken, dass wir die in irgendeiner Art und Weise wiederkriegen. Nehmt einmal den Panzer hier. Und da... Oh, oh. Ja gut, damit sind meine Flucheinheiten wahrscheinlich Schrott. Vernichtet das, bevor es... Haut ab, haut ab, haut ab. Dann kann ich damit euch nichts mehr machen. Und schon... Wo sind denn hier noch... Da sind noch so Druide-Cars. Skiffs. Und bei ULAVs und nochmal ein bisschen was an Infanterie mit. Kannst du hier auf den Anti... Nein, kannst du nicht. Ihr habt... Ja, die Flucheinheiten sind Schrott, wie gesagt. Wenn ich die nicht komplett jetzt wegkriege... Hier lang. Und mein Tank-Distrayer darf ein Stück zurückkommen. Komm schon. Flash-Speeder werden hier vernichtet. Oh, die haben dann... Das ist nicht normal. Wir ziehen uns mal kurz ein Stück zurück. Ziehen wir uns ein Stück zurück und warten, bis wir bombardieren können. Unsere Bombardierung ist ja gleich... Was seid ihr hier? Transition-Dwellings. Interessant. Setzt euch alle in Deckung. Und greift hier an. Unendlich viele Einheiten können die ja nicht haben. Das tut gut. Die Z95 Headhunter bitte abhauen. Das scheint mir auch so... Mal gucken. Da kommt nochmal was an. Der Black Sun Outpost kann auch nicht unendlich lange Einheiten produzieren. Der Turbo-Laser da drüben. Der macht mir Sorgen. Tank-Distrayer wird gleich vernichtet. Ihr müsst hier zurückkommen. Dass ihr nicht die ganze Zeit von den Turbo-Lasern da angegriffen werdet. Und dann... Das ist gut. Der Druideka ist weg. Ah... Kalish und Trandoshana gibt es hier als lokale Einheiten. Interessant. Bombardierung wäre jetzt... Ist die Frage, ob wir mit irgendwem hier durchkommen und hier irgendwo eine Bombardierung drauf regnen lassen können, sozusagen. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Keine Ahnung, ob der Anti-Flugturm dann so gestellt wäre. Ich will die Z95 eigentlich nicht verlieren. Die... Wenn die hier irgendwo drüber fliegen, kriegen die Gutschilde wieder. Ich weiß nicht bei wem, aber irgendwer bringt denen Gutschilde, glaube ich. Ähm... Hat mein Tauntaun das geschafft. Schauen wir nochmal eins. Jetzt können wir sogar so bombardieren. Ah, schade. Ihr müsst hier abhauen. Was seid ihr hier? Ihr seid noch Kalish-Warriors. Keine Lust von euch die ganze Zeit angegriffen zu werden. Deswegen... Probieren wir mal hier rum zu gehen. Ihr seht mir einfacher aus als die... Schwarze Sonne. Dass hier auch noch Black Sun aussieht. Vernichtet den hier bitte. Ihr müsst mal bitte aufhören. In Deckung zu sitzen. Vernichten. John. Hier ist der immer noch. Das gibt's nicht. Probieren wir das. Vielleicht kriegen wir den Anti-Flugturm damit auch. Bezweifel, dass wir den vernichten hier. Du haust jetzt hier bitte ab. Irgendwer scheint da noch zu sein. Das haben wir auf jeden Fall eingenommen. Ihr dürft jetzt hier lang gehen. Der ist immer noch. Und damit sind meine... Weil die Flugeinheit nicht aufhören konnte. Die ist da irgendwo hinter uns hergekommen. Hier, hier lang. Auch... Du sollst nicht da lang gehen. Dummkopf. Aber naja. Ein Druidika. Jetzt haben wir aber genügend Einheiten. Dass wir einfach sagen können, wir... ...gehen hier durch. Die haben zu wenig Einheiten. Wir haben genug Einheiten. Aber dass ich meine ganzen Flugeinheiten hier verloren habe, ist nervig. Sehr nervig. Komm schon, vernichten. Und dann... ...hat sich das gleich. Den Anti-Flugturm... ...der dürfte gleich vernichtet sein. Haben wir... Oh. Haben wir gewonnen? Nein. Da sind noch genügend gegnerische Einheiten. In Deckung gehen. Jetzt haben wir gewonnen. Endlich. Meine Güte. Das war teuer. Das war ein sehr teurer Angriff. Aber... ...wir kriegen hier die beiden... Oh. Und das sind Jäger-Träger. Das ist sehr gut. Ein T-Wing, ein Y-Wing, ein R-41. Es sind nicht viele. Aber es sind welche. Was sehr nett ist. Sehr, sehr nett. Ab und im Blick auf die Uhr würde ich sagen, war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat es ganz gefallen, wenn es das hat. Lasst gerne ein Like und ein Abonnenten, damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.